Ein Händler kann eben auch ein Fuchs sein. Das wird auch Gerd Kirschstein aus Mahl später noch merken. Ich bringe einen Borgwart mit. Gekauft habe ich für 7.000 D-Mark damals. Das war 1998. Dann habe ich ihn zweieinhalb Jahre restauriert und habe aber bestimmt noch 40.000 D-Mark reingesteckt. Und seitdem fahre ich ihn. Auch gerne. Und viele Veranstaltungen gefahren, Urlaub und letztes Jahr noch auf Sylt mit ihm. Sagst Sven, ich glaube es nicht. Die Sonne und das Herz lacht. Ein Borgwart Isabella Cabriolet. Ja, sehr schön. Also die Coupé sieht man schon sehr selten. Jetzt habe ich schon nur fokussiert aufs Auto. Horst. Gerd. Gerd. Schönen guten Tag. Gerd, was hast du uns denn da für ein Traumstückchen mitgebracht? Ja. Ist ja unglaublich. 14 Jahre fahren wir jetzt. Wie viele Kilometer hast du gefahren? Nicht viele. Der hatte glaube ich 78.000 weg. Jetzt hat er 96.000. 96.000. 20.000 Kilometer. Jetzt mal unter uns Gebetsschwestern. Hast du viele Probleme gehabt beim Fahren? Oft liegen geblieben? Noch gar nicht. Gar nichts. Ich bin an jedes Auto vorbeigefahren. Von 1954 bis 62 wurden ca. 200.000 Borgwarts in Bremen gebaut. Gerd möchte sich von seiner Isabella für 50.000 Euro trennen, da er sich seit neuestem der Seefahrt verschrieben hat und jetzt lieber auf dem Wasser fährt. So Sven. So Horst. So Gerd. Ich nehme mal die Hände aus der Tasche. Ja, hast ja heute keinen Geburtstag, oder? Das ist so. Keine Ehrfurcht vorm Alter. So, jetzt enttäusche uns zweimal nicht. Mach mal eine klare Beschreibung von dem schönen Teil. Also ich bin jetzt rumgegangen und das, was ich so sehen konnte, ist ganz einfach so, dass das Fahrzeug nicht in einem perfekten Zustand dasteht. Wenn man weiter weg geht, dann sieht sowas eher ganz toll aus. Und wenn man da genauer hinschaut, ist noch einiges an Arbeit drin. Ich sehe das Auto bei zwischen 38.000 und 40.000 Euro. So sehe ich das Auto. Aber es ist ganz einfach so, wenn den jetzt einer super schön haben will, das Auto ist selten, muss dann noch was reinstecken und das wird nicht gerade wenig sein. Also wenn ich das so richtig verstanden habe, weil er jetzt sagt, er will das Auto nicht schlecht machen. So, er muss nur, weil dafür ist er Sachverständige, er sieht das ohne Emotionen. Wir beide könnten uns jetzt mit einer Flasche Wein in die Ecke setzen und zwei Tage am Stück mit ein bisschen Käse und einem Hering zwischendurch über das Auto unterhalten und würden nachher sagen, der kostet eine halbe Million. Da bin ich mir ganz sicher, da kommen wir zwei hin. Ich würde dir aber trotzdem sehr gerne die Händlerkarte geben. Und ich würde unheimlich gerne wissen, was die Händler gleich dazu sagen. Du musst dich ja nicht Strecke erweichen. Ein bisschen Selbstbewusstsein. Einfach sagen mit dem Schnuckelchen, wir haben so eine nette Beziehung. Also du kannst ja noch mal reinhören oder wie auch immer. Genau. So machen wir das. Ich drücke Ihnen die Daumen. Alles klar. Ich sehe dich in wenigen Minuten wieder. Ach enttäuscht, sage ich jetzt mal, bin ich nicht. Ich glaube auch, dass einer bestimmt auch Interesse hat und noch ein bisschen mehr gibt. Na, denke ich doch. Aber ein bisschen zuversichtlich bin ich doch da noch. So, meine Herren, jetzt aber erstmal stille Bewunderung. Grüß Gott. Grüß Gott. Das ist ein Borgwort, Isabel. Das war ein feieres Teil. Guten Tag, Herr Porridge. Hallo, Risi. Grüß Gott. King Bayer 55. Gerd, Baujahr war 55? 61. 61. 61. Also mein Geldbeutel ist ja definitiv zu klein. Aber ich arbeite mit jemandem zusammen und der sucht diese Exponate. Ja. Aber das hängt wahrscheinlich auch vom Preis ab. Ich glaube, ich muss nochmal kurz telefonieren. Die Händler treten bei speziellen Objekten häufig auch als Vermittler auf. Wie der Österreicher Wolfgang Pauritsch. In Oberstaufen im Allgäu führt er zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Andrea Herringhorn seit 18 Jahren ein angesehenes Kunst- und Auktionshaus. Den Erfolg verdankt er dabei auch seinem Bauchgefühl. Also ich glaube, meine Stärken sind die Nase, die Spürnase. Wann man etwas kaufen muss, zu welchem Preis. Darf ich Sie mal was fragen? Ja. Ich will Sie nicht beleidigen, aber liegen wir da über 30.000? Liegen wir über, ja. Wie viel? Doch einiges weiter. 31.000? Ich brauche noch ein bisschen mehr. Es könnte eine 40 gehen. Ui, 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 ui. Gerd hat seine Isabella mit eigenen Händen liebevoll restauriert. Da fällt es nicht leicht, sich zu trennen. Die Aussage lautet, wenn wir einen Gewinn machen, machen wir Gewinn halbe, halbe. Und wenn wir einen Verlust machen, machen ich und mein Kumpel auch halbe, halbe. Ich mache aber nicht so gerne Verlust. Also, ich sage Ihnen jetzt, ich bitte Ihnen für das Auto 25.000 Euro. Für 25.000 würde ich ihn doch weiterfahren, glaube ich. Ich kann nur mein Gebot sagen. Ja. Wolfgang, jetzt seid ihr dran. Das wäre er mir noch wert. Ja, aber das ist schon ein Hammerteil, Ludwig. Ja, es ist Ihnen alles original, das Sieben, da ist der Radio-Original. Ich sehe das. Aber die Chromteile, die müssten schon noch einmal ein bisschen überarbeitet werden. Muss das sein. Muss das sein? Ja, wenn der Rost rauskommt. Der, der, der so viel Geld in die Hand nimmt, der will das Auto im perfekten Zustand. Wir haben da auch ein paar Falten, wenn wir 60 sind. Ja, das ist richtig. Aber wir sind Männer, wir werden jedes Jahr schöner. Das ist bei den Autos nicht so. Darf ich Sie bitte fragen, was haben Sie denn für dieses Auto bezahlt? Ich habe 7.000 D-Mark bezahlt. D-Mark? Ja, auch. Dann biete ich Ihnen jetzt das Zehnfache, was Sie bezahlt haben. Und das sind 35.000 Euro. 35.000. Und das würden Sie kriegen binnen der nächsten 24 Stunden. Man musste das halt hertransferieren. aber das hat ja kein Mensch dabei. Zeigen Sie mir mal Ihre Hand. So wird sich das anfühlen, wenn wir das jetzt machen würden. Wollen Sie das machen? 37. 35. 37? 35.000 und ich habe Bauchschmerzen, aber ich stehe zu meinem Wort. Ich weiß ja nicht, ich kann Ihnen den Motor nicht angucken. Das Getriebe, so etwas kauft man normalerweise nicht in einer Minute. Der Motor ist in Ordnung. Ihr Wort in Gottes Ohr. Sie sind auch sehr vertrauenswürdig. Ja, aber Kontrolle. Ich bin ein Ohrheimer Fan. 35.000. Sie müssen nur JA sagen. Ja. Also das ist gut bezahlt. Ja. Das ist doch mal ein guter Preis. Das ist doch. Ich gratuliere dich. Mama mia. Freue mich, wenn einer Spaß dran hat. Also da gratuliere ich Ihnen. Was habe ich da denn gemacht? Die Nummern mache ich gleich ab, weil der ist original zugelassen. Muss ich die letzten Tage noch anmelden, 21er Abnahme machen und und und. Sie müssen mir über einige ein bisschen Zeit geben wegen dem Geld. Wissen Sie, aber Sie haben ein Wort. Ich mache das gleich. Ich rufe den an, das wird herüber transferiert. Und binnen den nächsten Stunden haben wir das Geld hier. Gut? Sie haben ein Wort. Gerd, wir beide bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, wir treffen uns bestimmt auf Ort, dass wir treffen. Garantiert. Und ich sorge dafür, dass das Auto, wenn das einen Schweinennickel kriegen sollte, dann sage ich nein. Ja. Ja? Gut. Wir fotografieren noch mal, dann kriegen sie noch ein Foto mit. Dann haben sie ein Foto, dann haben wir 30 mehr. Ach der Gerd. Oh nein, jetzt komm. Komm, das ist gut jetzt. Du kommst auf die See und dann ist das Joachim. Du wirst sehen, wenn du dann drei Master fährst, dann geh schon. Aber es ist hart. Wenn man so lange gefahren hat, dann klappt es. Ja. Ja. Das kann mir genauso. Gerd, setz dich noch mal ganz in Ruhe rein. Jungs. Gerd Kirstein nimmt währenddessen Abschied von seiner Isabella. Noch ist das vereinbarte Geld nicht eingetroffen. Erst jetzt wird dem Oldtimer-Fan bewusst, dass er gleich ohne sein Auto nach Hause fahren wird. Herr Kirstein, bitte kommen Sie zu mir. Herr Kirstein, ich habe das Geld schon hier. Per Blitzüberweisung ging das ja einigermaßen schnell. Eins, zwei, drei. So viel Bargeld ging selbst bei Bares für Rares bisher noch nicht über den Händlertisch. Vier, fünf. Nach Adam Ries 35.000, wie abgemacht. Herzlichen Dank. Ja, bitteschön. Alles Gute wünsche Ihnen. Dankeschön. Viel Spaß mit dem Fahrzeug. Alles Gute. Vielleicht sehe ich es nochmal wieder. Wir sehen uns bestimmt wieder. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Puh, eine Menge Holz, du. Bares für Rares. Gerd. Darf ich mal? Bitte schön. Einmal nur mal so halten. Einmal. Das hat man ja relativ selten so viel Geld in der Hand. Ja. Ich gebe es dir aber ganz schnell wieder zurück. Mein Gott, was ein Stapel. Gerd. Passt nicht in der Tasche. Ich weiß, es ist kein Trost. Du musst dir Hilfe haben. Nee, lass mal. Lass mal, das ist für dich. So, und jetzt fängt ein neues Leben an. Und dann ist er gut und er kommt in gute Hände. Lass mich noch einmal drücken. Da freue ich mich drauf. Ja. Alles Gute. Danke. 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 Vielen Dank.